Ganz braver Dogmeat Energie hat uns sonst noch nicht viel mehr gebracht aber naja, was solls So, versuchen wir es mit dem Objes Ich wechsle immer ein bisschen ab was es mir bringt vom Flüssigkeitsgrad hier ist es viel besser hier aber ja, es tut mir leid wenn die Qualität durch den Rahmen er hat etwas beeinträchtigt wie ich hoffe es natürlich nicht anzusehen aber tut mir leid, wenn ihr ein besseres vorschlägt dann bitte her damit und wir haben natürlich geile Waffen bekommen wir haben eine Flinte eine Uzi was ist das? das ist also dasselbe ich wollte eigentlich was anderes zeigen wir könnten mal die Magnum nehmen und das haben wir hier einen Flammenwerfer heieieiei was haben wir sonst noch? Schläger Flinte was haben wir denn noch? Baseball Schläger wäre auch nicht schlecht für das unangenehme Baseball Schläger sieht so aus aber wir nehmen die Uzi mit einem treuen Begleiter doch mit geht es weiter Richtung Radio Station wo unser Vater sein soll und somit natürlich auch willkommen zurück zu Fallout 3 ja ich habe hier im letzten Fall ein bisschen aufgeräumt das hat mir jemand gesehen okay waa erschreckt mich nicht was war denn hier? Fäulner Schild aktivieren ah zum saufen ach so ach so mit Wasser können wir uns gleich so auffrischen gut hat uns ein bisschen Radiation gegeben ja ich kenne das Spiel noch nicht so richtig aus wie man was heilen kann aber ich denke ihr könnt mir da schon einiges zeigen dann kann man ihn einfach aufschlagen hier ich versuche es jetzt mal ha ha ich will Geld ok dann eben nicht gut doch mit wollen wir uns warten komm mal hier durch ah die sind ja nein ich dachte ich die haben hier eine Feuerstelle komm mal hier durch hä ok was macht das hier schütz ach wir sollen wohl nach unten gehen aha ok was haben wir hier Feier Friendship Dingsbums na gut wir sollen hier runter gehen ist das eine gute gute Idee gute Idee nein doch mit ich denke wir machen es obwohl ich überhaupt nicht sicher bin ob das eine gute Idee ist aber nur so kann man es herausfinden oder gut wir sind mit Waffen und allem gerössert los gehts doch mit doch mit du warte es hier du warte es hier schön war denn hier nein wir Junge ja ja trotzdem mit der Uzi wir ducken uns mal was wer hat uns erkannt siehst du uns jemand hi hi duck mit da oben da passiert nichts oder achso ich dachte es sei was Schlimmes ok da denk man sich nicht raus da ist auch nichts sie ist zu ruhig sie ist viel zu ruhig Ja, ist ja gut! Chill mal, ich streichle dich in den Kopf. So, muss auch noch. Hackfressen. Ja, damit geht's. Noch mehr. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Sollen wir zur Plinte wechseln? Nein. Bestand bedingt. Ich sollte mal die normale Pistole ausrüsten. Und die 45 Schuss. Na gut, für dich reicht's ja heimlich. Okay, ich kann nicht aktivieren. Harmonika? Ich habe die Zigaretten, man weiss ja nie. Rundkorken, nützlich. Alter! Was erschützt du mich denn so? Oh! Ich drücke immer die falsche Tasse deshalb. Für die wäre jetzt wert nicht unbedingt notwendig, aber... Da könnte ich ja sonst nichts, oder? Sherrybomb, Sherrybomb, Kamera... Niemand weiß an alles. Baseball, braucht man den? Nö. Laufbläser, braucht man den? Ledergürtel, Leder... Lösch, Lauch, Spritzdrüse. Aber ich will nur im Feuermagazin gewesen sein. Da ist nichts. Hä? Oh, ein Zeltner. Ein paar Klammen. Oh, ja die gebrauchen wir. Lederrüstung. Bringt uns nichts irgendwie. Ich komme dafür, dass bringt uns nicht so viel das Zeugs. So. Dogmeat! Lädt noch. Zum Glück. Hier wartet doch noch was. Ah, hier haben wir noch einen Raum. Na, wer wartet hier auf uns? Ach, so. Nur ihr. Na komm! So. Verlakenfleisch, Verlakenfleisch. Was? Nö. Okay! Dogmeat! Schade, dass man den nicht rufen kann, aber... Na ja. Macht ja nichts. Komm! Geht weiter. Ja, komm! Na los, komm! Ich glaube den Befehl, böse Junge werde ich nie gebrauchen hier. Das ist ein unberührter Text. Na gut. Hier sind Gegner. Das hier kann ich auch so... Boff! Pakalake! Wegen den vergeut er gar keinen Schuss! Erzhaft! Was ist? Ein Ghoul! Ein Ghouligoul! Ey! Das habe ich mal gereicht! Na gut! Wenn ich so will! Nein! Ihr ganz ehrlich das Hund! Teck, teck! Ja auch! Teck, teck! Reicht nicht! Dann halt nur den... den einen! So! 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 Es reicht doch! Der ist schön mein Hund in Ruhe! Mann, ich... Alter, hast du's bald mit den Knöpfen! Der ist schön mein Hund in Ruhe! So! Ich glaube, ich wechsle runter! Zur normalen Pistole! Korn kochen! Dann gehen! Was ist mit der Mann Ghoul? Da habe ich noch einen! Oh! Schade! Hautoutfit! Nicht schlecht! Nicht schlecht, nicht schlecht! Da war der andere Ghoul! Was ist? Was ist? Kommt hier einer? Angetackelt? Nö! Ja, ich weiss Hundi! Ich hör sie auch! Aber wir sind sie noch nicht! Na gut! Wir haben ja nichts mehr! Jetzt ist hier drin! Nichts! Ja, ich hör auch was! Aha! Na komm! Na komm! Ich komm zu dir! Du läst schön meinen Hund in Ruhe! Ich sag's dir! Bye! Bye! Warte ich dich immer! Zweimal im Leben! Gut! Ich würde sagen... Es geht weiter Richtung da lang! Was haben wir hier so? Nix! Scheitz! Dog mit! Doggy! Doggy Doggy! Hä? Achso! Ohne, ich hab geladen! Ich dachte schon, das sei etwas ernsthaftes! Doggy! Ach! Du bist auch gut! Mal schön nachschauen, wo der ist! Weißt du was? Ihr gebt mir auf den Keks! Sch... Mann! Ich drücke immer die falsche Tasse! Stirb! So! Warte mir, ob man das noch... Aha! Da ist er! Ja! Dafür ist es praktisch! Warte mir, ob man das Fleisch irgendwo kochen kann! Und genießbar machen kann! Na! Guli Guli! Wie? Äh! Halt! Doch! Die! Fresse! Äh! Okay, dann eben so! Was? Toll nicht! Flinte! 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 Lass meinen Poli drüben! Eben so! Also, da habe ich soviel als ich es nur ein Luftgewehr! Dir geht's gut? Burschi! Alles in Ordnung mit dir! Gute Junge! Das habe ich ja nie so! Mhm! Kronkorken! Weiter Uzi! Bleiben wir nicht! Wilder Ghoul! Selbner K-Klammer! Laser... Lasergewehr?! Echt?! Geil! Fusionszelle! Wow! Fusionszelle! Weiß was ich... Ich nehme jetzt... Hier... Regenstände... Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Luftgewehr, Luftgewehr... Lasergewehr! Und das machen wir auf... Was? Nein! Äh... Ihr seid so blöd! So, jetzt nochmal für alle Dummen! Hier! Und... Flammenwerfer auf da! Baseballschläger auf da! Neu-Milimeter-Pistole! Auf da! Neu-Milimeter-Pistole! Uzi! Auf da! Was war denn rechts? Was war denn immer rechts? Nix! Nix! Uh, dann nimmt man die auf, so... Die 10-Milimeter-Pistole! Nein! Maschinenpistole da! Das! Nein! Auch nicht! Feuerwerfer! Feuerwerfer! Flammenwerfer, meine ich! Ich will hier nichts Falsches machen! Oh, Mann! Ich hasse das! Wow, was ist denn... Lasergewehr! Ach so! Das war das! Story... Auf so! Und... Maschinenpistole! Auf so! So, jetzt werden wir sehen! Aha! 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 Gut! Gut, gut, gut! Dann schätze ich mal... Geht's weiter? Da lang? Nein! Was haben wir hier so? Cherry Bomb! Lackierpistole! Ich brauche mir das! Cherry Bomb! Elektrischer Leiter! Elektrischer Leiter! Elektrischer Leiter! Leiter! Öffnen! Troué! Nix drin! Entanz! Lügen wie im Kongress! Ja, ich komme gleich! Wurzmittel! Ich brauche das! Kommt da jemand? Nö! Wilder Ghoul! Hammer! Ach, wieso nicht? Keine Spaltungsbatterie! Ja! Nome! Weiß er nicht! Dampfanzeige! Ja, ist ja gut! Hilfe, Carsten. Ja, 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 ja. Gut, 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 gut. Wir müssen ablegen. Ich glaube, wir legen Kleidung ab. Gar eh keine, nicht so viel. Das nützt uns ein wenig. Das nützt uns überhaupt nichts. Das behalten wir. Das behalten wir. Das behalten wir. Wir sind scharf plus 5. Ja, toll. Ich dachte, wir hätten nur nichts. Waffen, Gegenstände, sonstiges. Ja, ich glaube, so ein Putzmittel können wir lassen. Hier lassen. Baseball. Lassen wir. Baseball? Ach nee, behalten wir. Blechdose. Lassen wir auch. Dampfanzeige. Haarklammer brauchen wir. Hammer. Harmonika? Für was Harmonika? Kamera. Lassen wir. So. Ist mir schon viel wohler. Ganz schön Gerümpel abgelassen hier. Meine Fresse. Gut, jetzt habe ich total vergessen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Aber wir machen noch eine Weile. Doch mit, kommst du. Wir müssen da lang, ja. Der einzige Weg. Der einzige Weg, die Weg. Okay. Wenn Gulliger oder irgendwas kommt, wir sind vorbereitet. Wir haben ein Lasergewehr. Wir haben Flammenwerfer. Wir haben eine Uzi. Aber wir behalten jetzt mal die normale Pistole. Okay. Dann geht's lang und ich will wissen, was hier los ist. Was wäre es? Was wäre denn? Er wollte jetzt sein Outlast. Okay, nein. Oder gehen wir kurz da hin? Mal kurz nachschauen. Was wäre Fallout, wenn man nicht erkunden würde? Ist jetzt meine persönliche Meinung. Hä? Was? Okay. Kannst ruhig kommen. Aber ein bisschen mehr Munition. Na du Ghoul. Gulli Ghoul. Alles cool. Mann, hast du mich nicht erschreckt. Ja, du hörst was. Achso, das ist verschlossen. Wollen wir es überhaupt drauf machen? Na, wir versuchen es. Ja, ich weiss wie es geht. Danke. Nein. 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 Ah. Etwas so. Nein, doch nicht. Nein. 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 Toll. Danke. Nein. 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 Okay. Vorsichtig. Mann. Das brecht aber auch schnell ab, irgendwie. Das schaffen wir doch. Danke. No, kommt ihr. Du hast Schiss. Nein. Doch, mit. Das machst du. da warte eins was da pinkelt da in die ecke? ach wie viele kommen hier noch? war das eine gute idee? hoffe schon so so alter so zacki sesser aber wie besser mal die waffe das war ein pugil das funktioniert sogar sehr gut keine fresse gut und bravo und rum kochen und level up kann es noch schöner werden sprache wäre nicht schlecht reparieren vielleicht ich glaube am besten wäre es wenn man mal irgendwie immunität haben wir nicht oder? große waffen energie waffen spendstoff dietrich medizin das wäre nicht schlecht ich kann zuteilen ok eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünftzehn sechzehn machen wir es mal so jetzt heller kopf ich will hier eigentlich ein extra werden kommen wir auf level 3 ja 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 intensives training machen wir mal machen wir mal vielleicht reparieren reparieren oder heller kopf die erfahrungen wäre nicht schlecht wäre nicht schlecht gut danke sehr leicht also alter da zu sagen dass das bei voller vier ein bisschen einfacher ist aber nur ein bisschen jawohl da ist nicht mehr viel da maulbartenfleisch was ist hier vorn mann was nicht so schwer wieder so viel gefressen ey was ist denn das los was ist denn da los sonstiges na gut was haben wir dann schlüssel schlüssel irgendwie blechdose braucht man auch nicht unterkleben medizin vorkriegsgeld stange zu reden eine halbe pümpel braucht man auch nicht wahrscheinlich löst es ist alles müll ok gittergürtel auch bläser lackierpistole ist echt alles müll nein was verschiedenes na gut ich hoffe mal wir brauchen nichts von dem allen von all dem meine ich jetzt ich werde ruhl rumbrochen gut schau mal was hier so los ist aha den gegner hat es keiner mehr also eigentlich sollten wir ja nicht da lang also wir haben anderes zu tun aber hehehe hehehe dienst clipboard was bringt das wir nehmen es mal mit weiß er nicht lavetasse globus ah wetterkasten ok was bringt das sensormodul wir nehmen es mal mit wenn ich mir jetzt um viel mitschleppen hier ja alter was ist bald pfui gar nicht anständig pümpel pümpel nehmen wir nicht pfui hat es hier gegner oder was ist los truhe leer truhe leer hi nein was was ich habe vergrönt den hund wieso denn zu nah aber du da wieso noch mal lass mein hund in ruhe lass mein hund in ruhe mach es ein rumpf Und du auch? Hallo? Ach hier! Ah da! Nervt doch nicht! Ich wollte ja auch gar nicht die Waffe, ich wollte ja... ...die Typen für's hennen. Das nimmt wahnsinnig viel Munition. Ah ja, was haben wir hier? Hä? Pümpel und da ist auch was im Klo. Das sehe ich aber nicht, was es ist. Ja, Tür schliessen. Ja, bringt wahnsinnig viel. Ja, guter Junge, guter Junge. Dogmeat. Okay. Werkzeugkasten. Pümpel, Sensor-Modul. Ich weiss nicht was Sensor-Modul bringt, aber ich hoffe mal was gescheites. Was haben wir sonst noch? Nichts gescheites. Ich weiss das Gefühl nicht los, wir hätten schon lange umgehen sollen, weil wir uns hier wahnsinnig Zeit frisst. Na gut. Machen wir hier nicht schon mal? So. Gut, gut, gut. Ja, ich komm Dogmeat, ich komm. Ist das noch nicht nachgekommen? Doch, der kann drüberjumpen, oder? Ach ne, das geht ja hier durch, ich steppe. Okay, wir gehen also wieder zurück, und dann geht's Richtung richtiger Weg. Äh, da lang. Ich weiss nicht, ob das nur im Hype liegt, dann Fallout 4, oder? Aber ich habe echt Spass. Gut, Fallout 3 ist auch ein gutes Spiel. Also es ist nicht so, dass man dann gehypt sein muss, um das Spiel zu mögen, im Gegenteil. Gut. Was war denn hier? Öffnen. Aha. Ah, einmal ein aktives Terminal. Sicherheitswarnung. Systemwarnung. Aufgrund des... Aber wir wünschen einen angenehmen Dingsarbeitstag. Gas, zurück zu starten. Systemwarnung. Gas Schöpters anhalten. Safe aufschließen. Gut. Was ist alles? Okay. Und wo ist jetzt der Safe? Aha. Laserwaffenprotokoll, Energiezelle, Kronkord, Laserpistole, Nikola Tesla und sie. Wo kriegst du Geld? Aha, wunderbar. Sehr gut. So, gefällt mir das. Gefällt mir. Was ist das in meinem Knippboard? Was bringt das? Entschuldigung, du wolltest dich nicht umschubsen. Kilometer Schuss. Eine leere Flasche. Was? Leere? Flasche, ja. Leere Flasche erinnert mich an mich selbst. Hehehe. Wer hat fünf? Aber ich kann nicht immer so viel mitschleppen, Mensch. Ach, in den Schrank. Alter, typisch Amerika. Überall. Und jetzt hat nur Cola für die Insklipporte. Wieso auch immer. Ja, ich kapier's, ja. Mann, was... Was hab ich denn so schweres? Könnt ich mir das mal erklären? Ich hab doch gar nichts schweres dabei. Wunderkleber. Das brauch ich alles. Ich glaube langsam, dass... Moment mal. Jetzt lügen im Kongress. Lesen. Ich brauche meins erhöht. Energiewaffen und meins erhöht. Das wollte ich schon lange machen hier. Quantum. Rackenlagerfleisch. Ich glaube das... Fleisch ist... wertlos. Oder? Ich glaube, wir lassen das mal... Wir werden ja noch genügend. 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 Oder vielleicht... Ja, vielleicht nur etwa... Vielleicht noch 5 Stück haben. Dann weiss er nicht. So. Ich muss jetzt nochmal bewegen, bitte? Ja. So. Ich hab kein Lagenfleisch. Jetzt ist das gewesen. Hier kann man... Könnte man... Schlafen, wenn man will. Wir wollen jetzt aber nicht schlafen. Na gut. Dann geht's. Weiter in Richtung. Andere Richtung. Aber erst... Äh... Ist das gefährlich, dass wir hier doch plötzlich so durch Dampf gehen? Das... Gefährt mir grad nicht so. Tut sich das auch... Tut sich das weh? Nö, dir tut das nichts weh. Mir scheinbar auch nicht gut. Friendship Station. Wir müssen weiter zu... Radio... Wie es auch immer heisst. Radio, wie es auch immer heisst. Dann werden wir in ihrem... Wo auch immer sie wohnen. Gut. Wir müssen da lang. Und das geht's im nächsten Part. Also wenn's gefallen hat. Daumen hoch. Abonnieren. Bis dann. Tschüss.